Die Räume ist heute Morgen und diesmal ist alles verkauft! Hier liegt der Lagerfondsicht, der von dem bei Dennis Helfern-Erner zurückgefallen ist. Aber was für ein Start, der bei Kai Dorn kam hier sauber weggekommen. Und auch Marcel Sebastian, der es nicht ganz so einfach hatte beim Start, aber sich da jetzt an die Verfolgung macht. Kai Dorn kam, Marcel Sebastian. Kai Dorn macht sich ganz, ganz lang hier auf dem Motorrad und macht das Ding hier von der Spitze klar. Also, Kai Dorn kam auf dem Weg zu einem weiteren Laufsäge und Marcel Sebastian ist gut dabei. Kai Dorn kam, der hat hier eine ganz, ganz, ganz offene Laufsäge. Und wenn es also kein Unglaub vorne, Marcel Sebastian, dann haben wir hier eine richtig große Klappenlücke. Und da geht es jetzt hier nochmal, ein Positionswechsel. Das war hier schon fast eine halbe Runde. Jake Dorn jetzt an dritter Position. Aber die beiden Feinden hier nochmal verbissen. Da gibt es nochmal den Wechsel. Die Ante Vorbereitung. Der Bedeenschwahrer. Die Ante Vorbereitung.